Für alle, die noch keine Reisepläne für den Sommer haben, haben wir ein paar Inspirationen. Eine Besichtigung eines Sportwagenwerks in England. Ein kulinarischer Roadtrip durch Italien. Eine Kreuzfahrt in der Karibik. Und eine Zugreise quer durch Neuseeland. Man kann sich gar nicht satt sehen. Und das alles bequem von zu Hause. Ohne Mundschutz und ohne Mindestabstand. Mit unseren Doku-Sommer-Highlights. Die Autos sind handgefertigt wie ein Marsanzug. Das ist kaum zu glauben. Eine wahre Superfabrik. Es geht in die Berge. Halten Sie Ihre Kameras bereit. Ist das nicht ein Traum? Absolut. Sie ist ein tolles Schiff. Etwas ganz Besonderes. Ich mache jetzt frische Pasta mit Zitronen, Poncetta und ganz viel Pamsa. Im August auf N24 Doku.